Ursprünglich war es ja gedacht, dass dieses Spiel ja nur von mir angezeigt wird, aber mittlerweile muss ich dazu sagen, haut mich dieses Spiel, haut mich, fickt mich dieses Spiel. Aber wenn mich ein Spiel fickt, dann hat es mich gern. Ich bin ein Spiel, ich bin ein Spiel, ich bin ein Spiel. Was ist der Herr Torf? Flieg gleich! Flieg gleich! Flieg gleich! Flieg gleich! Er leidigt auch voll! Ja, das war das Elektro schon so! Da hinten war ja auch ein Weg! Letztes Mal haben wir das Jahr schon gesehen, also wenn mich ein Spiel fickt, dann fick ich es auch! Wundert euch nicht, wenn es dort ab und ab und ab wird! Das ist in dem Spiel... L1 ... ... ... Ich mache mich nicht mehr darauf, wie soll ich das machen? Ich habe mich nicht mehr darauf im Hintergrund. Ich habe mich nicht mehr darauf geholfen. Ich habe mich auf den Untertitel. Ich habe den Untertitel. Ich habe den Untertitel. Es ist ein wenig Platz hier. Oh, der ist ja laut. Der ist ja laut. Der ist ja laut. Hier! Ich glaube, er ist hier. Was ist der Leck da wieder? Der Scheißhund Da ist er nicht vorwiegend Das ist einmal gut, dass unsere Freunden da nicht sind Ja, aber leider kann er sein oder was So diesen Baby Das mit dem elektrischen Zaun muss ich mir da nachhauen Jetzt müssen wir da auch einmal weiterkommen Jetzt wird es uns gleich wieder Auch nicht geben Nein, da nicht Aha Haben wir es ausgetrickst Haben wir es ausgetrickst? Ha ha Haben wir es ausgetrickst? Ha ha Haben wir es ausgetrickst? Wir haben es ausgetrickst Wir haben es ausgetrickst Wir haben es ausgetrickst Ah super Da wird er mir leider nicht folgen Hoppala Überlass das mir Teppi Ich rolle Stein und schlage sie alle Hoppala Ja Ja, das wird es gleich mal machen Was ist das? Oh 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 Das war doch nicht Was ist das? Oh 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 Ah, der ist ja bist du, du bist du, du bist du, du bist du. Na super. Na super. Nessuppe 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 Nei gar Schau mal, sieh mal zu, sieh mal zu, sieh mal zu. ...wird folgen, dass sie sich hinterherhucken Warten... Jetzt soll ich mal warten... Dann nach oben... Aha, was ist doch... Hey... Hoppala, was ist denn da oben? Auf das musst du jetzt mal kommen... Das tragen wir mal... Ja, aber wenn ich das jetzt runterfallen lasse... Zerbricht mir das wohl nicht... Ja, genau... Das wollte ich hören... Das wollte ich hören... Okay... Wenn du eine Felsverspung gefunden hast... Bewege L nach oben... ...um hochzukrettern... Okay... ...um hochzukrettern... ...um hochzukrettern... ...um... ...um hochzukrettern... ...ah, das ist ja schon mal lustig... ...da kann einmal nichts passieren... Ah, Scheiße. Bist du zu gut. Besser platzieren. Was ist das? Werfen. Ah, nicht so ganz. Da werden wir noch werfen was. Ja, das wäre aber nichts. Ich muss sie vielleicht ein bisschen weiter weg stellen. Hm, war echt lustig. Das Ganze. Was ist da her, Stein? Aufeinander kommen Sie in der Stein oder? Da? Oh. Da? Oh. 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 Ah, da noch Ja, es ist ein bisschen irreführendes Spiel Schade eigentlich, es wäre So gesehen Ja, es ist ein bisschen Ja, es ist ein bisschen Ouuuch Es ist leider Ja Ja, es ist leider Ja, es ist leider Ja, es ist leider Ja Also kämpfen können wir schon mal, das ist immer fest Da steht immer fest Da steht immer fest Ja, da kann es ja hier oben Da kann es immer hier oben Auf meinen Rücken Da ist einmal ein Weg Da ist einmal ein Weg Das ist immer ein Weg Das ist immer klar Da ist immer Ja, da ist immer Ja, da ist immer Das ist auch wieder Frucht Das ist auch wieder Frucht Ja, warte, fügt Ja, da ist immer Ja, da ist immer Der hat sich erhöht Der hat sich erhöht Ich jetzt stärker Sehr schön, sehr brav Das ist, äh, aber schön, dass du in Stierke bist. Ich jetzt gehe. Okay, ich hier warte. Also, wir warten. Ah, komm, du hast eine, die mal spechelt. Ah, ok. Ja, es ist halt... Dann müssen wir da wieder raus tricksen. Haben wir auch wieder ausgetrickst. Ah, da kann man dann nicht mal auspücheln. Ah, da kann man dann nicht mal auspücheln. Ja, da kann man dann... Taubwagen und Kissen. Oder ist jetzt ein Knopf hier? Da ist der Liste. Liste. Da kann man doch mal auf, äh, da ist Wartner. Okay, ich hier warte. Auf Rücken und dann nach oben. Da ist ein Weg. Da ist ein Weg. Da war auch ein Weg. Da ist ein Weg, das ist ein Riesenbebe. Und was ist das da vorne? Da war die, die, die Frucht. Ja, das ist natürlich die unendliche Geschichte. Kein Thema, nicht. Da ist auch wieder was. Da wird ja auch was. So gesehen ist ja das Spiel eigentlich eh ganz leicht. Und da war nur gesagt, mit der Grafik her, aber noch irgendwann einmal. Dadurch, dass es so viele Möglichkeiten gibt, nimmt es ein bisschen ab. Ab Fluss. Das ist das Teuk an der Geschichte. Okay, das war einmal das da. Aber wenn man dann irgendwann einmal ansteht, so wie ich jetzt. Nicht weiter weiß. Und ich glaube jetzt, wenn man es einsteht. Jetzt weiß ich, jetzt will ich nicht mehr weiter. Schade eigentlich. Schade um dieses Spiel, aber ihr seid selber. Da kennt man sie nicht mehr, wenn der herstellt. Da kennt man sie nicht mehr. Oh, das wird's gut sein. So ist es. Weil man oft nicht weiß, wie man da weiterspielt. Das ist das Problem. Das ist der Junge. Also runterfliegen können sie nicht, nur sterben. Das ist eine gute. Die braucht man nur austricksen. Aber man kommt hier. Ja, man sieht. Mit R und X bringst du den Menschen, die da zu erwarten, wo er steht. Wenn du nicht zu weit führst, kannst du ihnen keine Befehle erteilen. Sei vorsichtig. Aha. So weit darfst du da nicht gehen. Folgen. Aha. Sehr, das ist auch mal aufmerksam. Ja, das Problem ist so, dass ich es jetzt natürlich muss da eine halbe Stunde hin und her rennen nach einer Lösung. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum viele des Let's Plays da aufgegeben haben. Und ich werde es an anderen Stelle jetzt auch abbrechen. Tut mir leid. Aber so ist es ein recht ein Level-Spiel. Aber eben. Eben halt, dass es halt ein angezocktes Spiel war von mir. Aber es ist halt selber, dass du musst da eine halbe Stunde umeinander rennen. Haben wir leid sagen. Okay, es tut mir leid. Das ist das erste Let's Play, was ich abbreche. Abbreche. Schade eigentlich. Aber das sind so die Spiele, die leider zwar grafikmäßig gut sind, aber leider, ja, ihr seid selbst einfach nach irgendeiner gewissen Zeit verlässt die Spiellaune. Gut, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Okay, ciao.